Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Florian Filippitsch. Früher hätte ich gesagt, ich bin Urheberrechtler. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich bin jetzt im Amt der Burgenländischen Landesregierung, also in der Landesverwaltung, gelandet. Früher habe ich sehr viel im Urheberrecht gemacht. Das holt mich auch immer wieder ein, wie ein altes Laster. Ich habe auf der Universität gearbeitet im Bereich des Urheberrechts. Ich war in der Aufsichtsbehörde für die Verwertungsgesellschaften und ich habe unter anderem die Creative Commons Lizenzen, von denen ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen werde, für Österreich portiert und angepasst. Sie haben also etwas geschaffen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben mit anderen Menschen vielleicht einen Text geschrieben, ein Musikstück komponiert oder Sie haben in Basel an eine Wand eine Banane mit einem Klebeband fixiert. Sie sind jetzt Urheber, ob Sie es wollen oder nicht. Dazu müssen Sie nicht mal was tun. Sie müssen Ihr Urheberrecht nicht registrieren lassen. Sie müssen Ihr Werk nirgends einreichen. Das Urheberrecht an Ihrem Werk entsteht bereits mit der Schöpfung, mit dem Akt des Fertigstellens und ein bisschen schon im Akt des Werdens. Und als Urheberin oder Urheber haben Sie Rechte? Und zwar eine Vielzahl von Rechten. Rechte, die Sie unter Umständen gar nicht brauchen. Rechte, die Sie unter Umständen gar nicht wollen. Sie haben das Recht, Ihr Werk zu vervielfältigen. Sie haben das Recht, Ihr Werk zu verbreiten, im Internet publik zu machen. Sie haben das Recht, Ihr Werk zu verleihen oder zu vermieten. Und oft wollen Sie diese Rechte nicht nur nicht ausüben, oft wollen Sie auf diese Rechte überhaupt verzichten. Das Urheberrecht ist quasi der Geschenkkorb, den Sie von den Kollegen zum runden Geburtstag bekommen. Da sind viele Sachen drin, eine kreative und liebe Karte, eine wahnsinnig originelle Tasse, aber sie interessiert nur der Whisky oder die Tafel Schokolade. Und genau so funktioniert es auch mit dem Urheberrecht. Das Urheberrechtsgesetz überreicht Ihnen bei jedem Werk, das Sie schaffen, so einen Geschenkkorb, egal ob Sie ihn wollen oder nicht. Aber Sie können, zumindest im Urheberrecht, diesen Geschenkkorb oder Teile davon weiter schenken und zwar ohne, dass jemand beleidigt ist. Sie können auf zahlreiche Rechte als Urheber verzichten oder Sie können sie an interessierte Leute auch einfach übertragen. Das kann vielfältige Gründe haben. Deswegen, weil Sie wollen, dass Ihr Werk die Menschheit oder die Kultur an sich voranbringt. Oder weil Sie wollen, dass Ihr Werk von Menschen genutzt werden soll, die damit vielleicht etwas Besseres oder was Schöneres oder was Schlaueres oder überhaupt was anderes machen wollen. Oder weil Sie Ihr Werk einfach nicht interessiert. Oder weil Ihre Mission mit der Banane zu Ende ist. Auf Ihr gesamtes Urheberrecht, auf das Gesamtpaket können Sie nicht verzichten. Das Urheberrecht an sich, das klebt an Ihnen wie ein Kaugummi im Haar eines experimentierfreudigen Kindes. Das werden Sie nicht los. Im Unterschied zum amerikanischen Copyright System können Sie Ihr gesamtes Urheberrecht nicht an jemand anderen vertragen. Sie können auch nicht darauf verzichten. Das geht im europäischen Urheberrecht grundsätzlich nicht. Aber bis auf diese Urheberschaft, die Sie wie eine Nabelschnur mit Ihrem Werk verbindet, bis auf diese grundsätzliche Urheberschaft können Sie alle Ihre Rechte gestalten und über Sie verfügen, wie Sie wollen. Abgesehen von diesem Kern, von dieser Urheberbezeichnung, an der sich nicht rütteln lässt, können Sie also über diese Rechte verfügen und das machen Sie über die sogenannten Lizenzen. Eine Lizenz ist nichts anderes als eine Erlaubnis und wenn es nicht gerade um die Erlaubnis geht, im Namen Ihrer Majestät unzählige Morde zu begehen, ist es die Erlaubnis, ein bestimmtes Recht oder mehrere Rechte auszuüben. Sie alle haben übrigens schon unzählige Lizenzen gelesen und auch bestätigt, dass Sie diese Lizenzen gelesen haben und Sie haben auch diesen Lizenzen zugestimmt und zwar jedes Mal, wenn Sie ein Programm auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Handy installiert haben und versucht haben, diesen lästigen Vertragstext einfach wegzubekommen, dann haben Sie genauso einen Urheberrechtsvertrag abgeschlossen, dann haben Sie eine so eine Lizenz gelesen oder Sie haben zumindest behauptet, sie gelesen zu haben und haben diese Lizenz angenommen. Lizenzen sind im Urheberrecht nichts Neues. Das ist auch überhaupt nicht aufregend. Die Grundlage für diese Lizenzen ist das österreichische Urheberrechtsgesetz, konkret ist es der §24 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz und der sieht zwei Möglichkeiten von Lizenzen vor. Und zwar, die eine heißt, der Urheber kann anderen gestatten, sein Werk auf alle dem Urheber an sich vorbehaltenen Werknutzungsarten zu verwenden. Das sind die sogenannten Werknutzungsbewilligungen. Oder er kann das auch einem anderen ausschließlich, also exklusiv einräumen. Das ist das sogenannte Werknutzungsrecht. Wir beschäftigen uns heute aber ausschließlich mit diesen Werknutzungsbewilligungen. Also, man räumt einer Mehrzahl von Personen das Recht ein, ein Werk auf eine bestimmte Art und Weise oder auf mehrere bestimmte Art und Weisen zu gebrauchen. Wenn Sie jetzt wollen, dass andere Menschen ihr Werk verwenden, ihr Lied remixen oder samplen, ihren Text aufgreifen, kopieren, umgestalten oder zum Beispiel auch ihr Computerprogramm neu gestalten, dann wäre es nett, eine Lizenz zu verwenden. Warum wäre es nett, eine Lizenz zu verwenden? Deswegen, weil Lizenzen auch ein ruhiges Gewissen für Nutzerinnen und Nutzer sind. Nutzerinnen und Nutzer dürfen unter gewissen Voraussetzungen in einem abgesteckten Rahmen fremde Werke verwenden, ohne um Erlaubnis zu fragen. Das ist die sogenannte freie Werknutzung. Es gibt mehrere Arten von freien Werknutzungen und diese freien Werknutzungen sind im Urheberrechtsgesetz festgelegt. Im amerikanischen Bereich kennt man das als Fair Use. Im europäischen Urheberrecht ist das um einiges genauer geregelt und es gibt eine Vielzahl von freien Werknutzungen. Die berühmt-berüchtigste freie Werknutzung ist die sogenannte Privatkopie. Die haben Sie sicher schon mal gebraucht oder Sie haben behauptet, sie zu gebrauchen und haben in Wirklichkeit etwas gemacht, was nicht von ihr erfasst war. Aber die Privatkopie ist die wichtigste freie Werknutzung. Wenn man jetzt ein fremdes Werk in einem privaten Rahmen nutzt, dann geht man kein besonders großes Risiko ein. Ein Nutzer, der aber ein fremdes Werk verwenden will und mit diesem fremden Werk etwas anstellen will, das andere Personen mitbekommen, der kann sich auf diese Gewissheit im privaten Rahmen passiert eh nichts nicht gut verlassen, vor allem weil es unter Umständen um viel Geld geht. Was also, wenn der Gebrauch des Werkes über diesen rein privaten Rahmen hinausgeht? Was ist, wenn eine Nutzerin ein bearbeitetes oder sonst wie verwertetes Foto ihren zwölf Instagram-Followern oder aber potenziell einem Milliardenpublikum zur Verfügung stellen will? Für diesen Fall braucht die Nutzerin und idealerweise auch sonst jeder andere nachfolgende Nutzer Rechtssicherheit. Und diese Rechtssicherheit bietet eine Lizenz. Vorweg, eine Lizenz können Sie nur dann einräumen, wenn Sie auch das notwendige Recht an diesem Werk haben. Genauso wie Sie einen fremden Geschenkkorb nicht einfach weiter schenken können, müssen Sie selber alle Rechte haben, die Sie weitergeben. Ganz wichtig, wenn Sie mit mehreren Personen ein Werk gemeinsam geschaffen haben, dann müssen die alle zustimmen, damit Sie eine Lizenz erteilen können. Also, Sie können als Einzelner von mehreren gemeinsamen Urhebern nicht einfach das Werk lizenzieren und nach außen gehen. Ein Werk mit einer Lizenz zu versehen ist mittlerweile relativ simpel. Da brauchen Sie keinen Anwalt, da brauchen Sie keinen Juristen und da brauchen Sie auch keine großartigen Vertragstexte dazu. Wenn es Ihnen darum geht, ein Werk zu Geld zu machen und exklusiv zu lizenzieren, dann würde ich Ihnen raten, halten Sie sich trotzdem an die Juristinnen und Juristen. Dann schließen Sie unter Umständen sowas wie einen Verlagsvertrag ab oder einen sonstigen Alleinnutzungsvertrag. Wenn Sie das nicht brauchen, dann gibt es eine großartige Möglichkeit mittlerweile schon seit fast Jahrzehnten und zwar die Verwendung einer freien Lizenz. Es gibt eine Unzahl von Lizenzen, die Sie als Urheberin oder Urheber verwenden können. Vor langer Zeit gab es eine Vielzahl an Lizenzen. Das hat sich mittlerweile konsolidiert, ist zusammengeschrumpft auf wenige verfügbare Lizenzen. Im Bereich der Sprachwerke, im Bereich des Textes, aber auch im Bereich der Musik hat sich ein Lizenzmodell besonders durchgesetzt und das ist das Lizenzmodell von Creative Commons. Creative Commons ist an sich eine 2001 in den USA gegründete gemeinnützige Vereinigung, die ein kostenloses Baukastensystem für Lizenzmodelle zur Verfügung stellt. Im Rahmen dieses Creative Commons Modelles können Urheberinnen und Urheber aus mehreren Lizenzen auswählen, die aus unterschiedlichen Elementen zusammengesetzt sind. Diese Lizenzen, in unserem Raum sind es derzeit sechs Lizenzen, sind unterschiedlich streng. Es gibt sehr freigiebige Lizenzen und es gibt Lizenzen, die sich am anderen Ende der Skala befinden, die relativ nahe am klassischen Urheberrecht dran sind. Diese erwähnten Lizenzen, aus denen sich diese freie Lizenz zusammensetzt, ist das Element BY, das ist das Namensnennungselement und wenn Sie sich gemerkt haben, auf dieses Namensnennungselement können Sie nicht verzichten, das muss immer dabei sein. Das heißt, wenn jemand eine Creative Commons lizenzierte Sache verwendet, dann muss immer der ursprüngliche Urheber der Rechteinhaber genannt werden. Das zweite Element ist das Element NC, Non-Commercial, und besagt, dass derjenige oder diejenige, die dieses Creative Commons lizenzierte Werk verwendet, das Werk nicht kommerziell verwenden darf, also zum Beispiel kein Geld damit verdienen darf. Das dritte Element ist ND, steht für Non-Derivatives und heißt, dass aus dem vorhandenen lizenzierten Werk keine Bearbeitungen erstellt werden dürfen. Fotos dürfen nicht nachbearbeitet werden, Texte dürfen nicht abgeändert werden, ein Musikstück darf nicht neu gemischt oder vielleicht auch neu eingespielt werden. Das vierte Element ist Ihnen vielleicht aus dem Bereich der Open Source bekannt. Das vierte Element ist das Share-Alike-Element. Und dieses Element besagt, was auch immer der Nutzer mit diesem Creative Commons lizenzierten Werk macht, was auch immer er herstellt, er muss es wieder unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlichen und zwar unter der gleichen, die das ursprüngliche Werk hatte. Als Urheberin oder als Urheber entscheiden Sie daher, was Nutzer mit Ihrem Werk anstellen dürfen, wie weit diese Nutzungen gehen dürfen und Sie versehen Ihr Werk zu diesem Zweck entweder im richtigen Leben oder im Internet mit einem entsprechenden Vermerk. Das passiert durch eine grafische Auszeichnung oder einfach durch das Hinzufügen eines kleinen Textelements. Hinter dieser ganzen Sache, hinter diesen grafischen Elementen steht ein vollwertiger Lizenzvertrag. Und was noch dazu kommt, man spricht hier immer vom Vertrag, dann vom Menschenlesbaren, also das, was für Nichtjuristen gilt, und dann vom Maschinenlesbaren. Dieser Vertrag oder diese Lizenz ist auch Maschinenlesbar. Das heißt, es ist auch mit etwa Suchmaschinen herausfindbar, wie lizenziert dieses Werkes. Ihre Lizenz stellen Sie sich im Internet zusammen. Wenn Sie eine Creative Commons Lizenz verwenden, dann machen Sie das unter www.creativecommons.org und können dort die erforderliche Lizenz für Ihr Werk aus verschiedenen Elementen zusammenstellen. Die größte Sammlung an Werken, die unter einer Creative Commons Lizenz im Übrigen veröffentlicht ist, umfasst in etwa 50 Millionen Artikel in knapp 300 Sprachen. Es sind die gesamten Inhalte der Wikipedia. Die Inhalte auf Wikipedia sind größtenteils unter der Lizenz BY-SA, also Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen lizenziert. Die Creative Commons Lizenzen wurden in zahlreiche Rechtssysteme portiert, also es gibt eine internationale Lizenz, es gibt aber auch Lizenzen angepasst auf die jeweiligen Rechtsordnungen, um ganz sicher zu gehen. Die Creative Commons Lizenzen wurden mehrfach vor Gericht geprüft und haben sich vor Gericht auch mehrfach durchgesetzt. Es handelt sich also um anerkannte Lizenzen. Wenn Sie also den Wunsch verspüren, Ihr Werk einer interessierten Allgemeinheit zugänglich zu machen, wenn Sie wollen, dass unter Umständen aus Ihrem Werk vielleicht sogar etwas Neues, vielleicht sogar etwas Besseres, Schlaueres und Schöneres passiert, dann gibt es nur eine Möglichkeit, erteilen Sie Lizenzen.